Was bei anderen umstrittenen Bauprojekten Juchtenkäfer oder Ziesel waren, sind jetzt barocke Wasserbecken. Ja, Sie haben richtig gehört. Mit ihrer Hilfe wollen die Gegner des neuen Belvederstöckli in der Prinz-Augen-Straße jetzt den Umbau und die Eröffnung verhindern. Denn die Bauwerke im Erdreich des Schwarzenberggartens sein Denkmal geschützt. Karl Reis berichtet. Die Initiative fährt heute mit historischen Geschützen auf. Das Projekt gefährde einzigartige Baudenkmäler aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt genug Schutzbestimmungen, wo das Denkmalamt sagen könnte, hier kann nichts Fixes gebaut werden. Dann die Kritik am Lärmgutachten, das die künftigen Betreiber des Lokals vorgelegt haben. Das sei manipuliert, heißt es. Man fürchte das ganze Jahr Oktoberfest und Ballermann, so die Initiative. Das ist beileibe kein seriöses Gutachten, das ist ein Auftragswerk, das sagen wir auch ganz deutlich. Von Wien heute mit dieser Kritik konfrontiert halten die Betreiber des künftigen Stöckli im Park dazu schriftlich fest. Laut von der Schwarzenbergschen Stiftung durchgeführten Bestandserhebungen befinden sich auf dem Parkgelände im Bereich des Gastgartens und der geplanten Terrasse keine unterirdischen Wasserbecken, sondern ein historischer, wasserführender Kanal aus Ziegel. Die Bestandserhebung hat ergeben, dass die Gewölbeoberkante dieses Kanals mindestens 4,2 Meter unter dem gewachsenen Gelände liegt. Die Fundierung der geplanten Terrasse gefährdet daher in keiner Weise den historischen Bestand von Kanal und Stützmauer. Man werde auch Lärmampeln errichten, der Grundstückseigentümer, die Schwarzenberg Privatstiftung, habe im Pachtvertrag jede Art von Musik untersagt, so die künftigen Betreiber.